Stromboil 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 Ja, wir sind querab von Neapel. Da mal sehen, ob er wenigstens den Vesuv hier sehen kann. Also ich schätze wir sind 60, 70 Kilometer vor der Küste. Ja, man kann den Vesuv erkennen. Ja, jetzt in der Ferne, das Vesuv-Massiv. Westliche Küstenlinie ist nicht zu erkennen. Stromboil Nach dem Stromboil heute Nacht hier der zweite große italienische Vulkan. Moment erloschen. Dann haben wir mit dem Ätna insgesamt drei Vulkane jetzt gesehen. in den letzten Endes